20 jugendliche Flüchtlinge lernen und wohnen im Laubach-Kolleg. Sie besuchen den neuen Realschulzweig am Oberstufengymnasium der EKHN. Das Laubach-Kolleg will den neuen Schülern Hoffnung vermitteln und sie auf das Leben und Arbeiten in Deutschland vorbereiten. Die EKHN fördert neben dem Laubach-Kolleg noch vier weitere Schulen im Kirchengebiet. Die Frankfurter Bibelgesellschaft feiert ihren 200. Geburtstag. Zum Jubiläum gab es einen Festgottesdienst in der alten Nikolai-Kirche. Das Motto ist ein Zitat aus der Apostelgeschichte. Verstehst du auch, was du liest? Das Thema spiegelt auch die Arbeit der Bibelgesellschaft wieder. Für die nächsten Jahre plant der Verein eine große Ausstellung in seinem Bibelhaus-Erlebnismuseum. Die Kumran-Rollen sollen nach Frankfurt kommen. Wie können transsexuelle Menschen besser in der Gesellschaft akzeptiert werden? Das war die Frage einer Fachtagung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Theologen und Neurowissenschaftler diskutierten dabei unter anderem über das Leben und Arbeiten transsexueller in Kirchengemeinden. Kirchenpräsident Volker Jung sagte, Transsexualität solle als Teil der Schöpfung verstanden werden, auch wenn die Bibel nur von Mann und Frau spreche. Eine Frau schlirschende, Herren von Mann, die Geschichte werden im Vielen Dank.